Leute, es ist keine 24 Stunden her. In meinem letzten Video angekündigt und vorhergesagt, der Ethereum Bitcoin Breakout ist erfolgt. Während Bitcoin wieder unter die markante Marke von 40.000 gerutscht ist, konnte Ethereum seinen Vorsprung weiter ausbauen. Was das jetzt für unseren Ethereum Bitcoin Trade bedeutet, wann ich meine Profite ziehe oder ob ich sie vielleicht schon gezogen habe und was jetzt mein nächster Move sein wird. All das und noch viel mehr in diesem Video. Ich freue mich drauf. Let's get started. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf der Crypto Wall Street, dein Kanal für täglich brandaktuelle Chartanalysen und News zu Bitcoin, Ethereum und Co. Wenn dir der Content hier auf meinem Kanal gefällt, smash the Like Button, lass gerne ein Abo da, du würdest mich mega damit unterstützen und lässt die Community weiter wachsen. Wir hatten gestern erst darüber gesprochen, Leute. Ein paar Stunden später ist es passiert, wie vorhergesagt, wie angekündigt, der Ethereum im Vergleich zum Bitcoin ist ausgebrochen. Hat unsere Ziellevel das erste Mal Pip genau abgearbeitet und von daher lasst uns mal schauen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Dafür gehen wir einmal kurz in den Bitcoin Chart. Während Bitcoin seine Ziellevel bereits Pip genau wieder abgearbeitet hat, Bestätigung für das System plus zusätzlich in den Widerstand bei knapp 42.400 zweimal reingerannt ist und abgeprallt ist. Und somit sage ich mal ein Korrekturpotenzial hätte von knapp auf die Marke 35.700 ist bei Ethereum so, dass der Upmove weiter intakt ist und weiter auch noch Platz hat. Das heißt, während wir eine abgearbeitete Sequenz in Bitcoin haben, haben wir hier eine aktivierte bullische Sequenz, die ihre Ziellevel noch nicht abgearbeitet hat. Das heißt, weiteres Potenzial für Ethereum ist drin. Falls der Markt jetzt jedoch nochmal korrigieren sollte, liegen die aktuellen Re-Entries für mich bei knapp 2200. Bitcoin down, Ethereum ab, logische Konsequenz in unserem ETH-BTC-Paar, massiver Anstieg. Und ich hatte es gestern gecallt, wir haben hier diese 4 Stunden Widerstandslinie und als ich das Video gedreht habe, sind wir da knapp drüber ausgebrochen. Und ihr seht, er hat sich hier nochmal stabilisiert und ich hatte es gesagt zu diesem Zeitpunkt, hey, es könnte ein massiver Breakout nach oben kommen. Und deswegen schauen wir mal kurz einen kleinen Rückblick ins gestrige Video. Aber wir haben letztendlich schon einen kleinen Bruch dieser Linie erlebt. Er hat ihn nochmal angetestet, macht gerade eine Seitwärtsbewegung und von daher, Leute, es kann wirklich in den nächsten Stunden zu einem massiven Run von Ethereum im Vergleich zum Bitcoin kommen. Dürft ihr nicht verpassen. So, und bevor ich jetzt auf den weiteren Fahrplan hierfür das Ethereum-BTC-Paar eingehe und den Wochenausblick vorstelle, schauen wir uns kurz nochmal sehr, sehr interessante News an. Gestern haben wir schon kurz darüber gesprochen, dass Mastercard bis Ende dieses Jahres definitiv noch Kryptowährung einbinden möchte. Und jetzt sehen wir die nächste große News. Auch Paypal sucht jetzt in Europa nach Krypto-Fachkräften. Das heißt, auch Paypal beschäftigt sich mit diesem Thema massiv. Neue Stellenanzeigen lassen eben vermuten, dass Paypal schon bald Kryptowährungen in Europa zugänglich macht. Ein weiterer Schritt in Richtung Massenadoption. Darüber hinaus schauen wir uns das nächste Brett an. Trotz massiven Verlusten, MicroStrategy will weiter in Bitcoin investieren. MicroStrategy hat seinen Quartalsbericht offengelegt. Der zeigt massive Verluste durch Bitcoin an. Warum? Weil es letztendlich noch nicht realisierte Verluste aus dem vergangenen Zukauf sind. Das heißt, hier haben wir etwa die Verluste von 424 Millionen US-Dollar. Nichtsdestotrotz sind es nicht realisierte Verluste. Und wir sehen auch hier, der CEO Michael Saylor ist sehr, sehr überzeugt davon, dass es die richtige Strategie ist, Bitcoin nachzukaufen. Und wir sehen es auch hier unten, der durchschnittliche Wert eines Bitcoins wird bei MicroStrategy auf 19.518 beziffert. Das heißt, übergeordnet bzw. im Gesamtblick, Gesamtkontext stehen sie mit einem massiven Plus noch da. Und wollen weiter auch ihr Portfolio ausbauen. Darüber hinaus, wir sehen heute Morgen 7.50 Uhr, Bitcoin und Co. Diese wichtige Änderung tritt heute in Kraft. Was ist passiert? Denn mittlerweile ist es seit dieser Woche für institutionelle Investoren möglich, nach neuem Gesetz noch einfacher in Bitcoin und Co. zu investieren. Deswegen sehr, sehr starke News. Warum? Weil es hier letztendlich wirklich um Milliarden von Euro bzw. US-Dollar geht. Was heißt das konkret? Was bedeutet das konkret? Institutionelle Investoren, sogenanntes Spezialfonds, gilt es jetzt oder haben jetzt die Genehmigung bekommen, bis zu 20% ihres Anlagevermögens in Kryptowährungen zu investieren. Und dieses Exposure, damit können sich jetzt mittlerweile auch Banken und Versicherungen eindecken. Also völlig, völlig geisteskrank für mich. Also wirklich wieder eine massive bullische News. Und deswegen freue ich mich einfach auf die kommenden Wochen. Sehr, sehr spannende Zeiten. Zurück zum Ethereum Bitcoin Chart. Schauen wir uns das Ding an. Wie geht es jetzt weiter? Was sind meine nächsten Schritte, meine nächsten Trades? Ihr seht, ich hatte es schon gesagt. Wir haben jetzt diese abgearbeitete Sequenz. Wunderschön die Ziellevel erreicht, wie wir sie bestimmt haben. Und deswegen hat jetzt hier theoretisch der Markt auch erstmal ein Korrekturpotenzial bis zum Gesamtkorrekturlevel, bis zur 50er Marke Minimum von 0,0612. Da wird es für mich wieder interessant in einen Buy einzusteigen. Was habe ich jetzt gemacht mit meiner Position? Ich habe die ersten Profite gesichert. Ich habe 50% meiner Position aufgelöst, habe diesen Profit realisiert, sind in der Tasche. Die restlichen 50% sind noch am Laufen, denn wir schauen uns das jetzt nochmal übergeordnet an. Wir haben weiterhin massives Potenzial zu steigen. Denn wir nehmen jetzt auch einfach mal hier das entgegengesetzte Korrekturlevel, das ungefähr liegt am 50er Level bei 0,0689. Und deswegen haben wir theoretisch noch ein bisschen Potenzial nach oben, bis der Markt korrigiert. Und wir haben auch sehr, sehr schöne Stabilität hier im Markt aufgebaut. Von daher ist der Akku aufgeladen aus meiner Sicht. Diese Stabilität bietet genügend Sprungbrett, um nächsthöhere Level anzulaufen. Nichtsdestotrotz, ich hatte es gesagt, wenn der Markt jetzt korrigieren sollte, nochmal nach unten korrigieren sollte, platziere ich mich mit einem Buy an diesem 50er Level. Wichtig, wieder für jeden einzelnen von euch, das hier ist keine Anlageempfehlung. Ich gebe euch nur mein Wissen, meine Erfahrungen weiter. Jeder sollte auch seine eigenen Analysen fahren und seinen eigenen Research betreiben. Schauen wir uns auch nochmal schnell an, wie ist die Woche, die neue Woche gestartet, beziehungsweise wie sehen die letzten 24 Stunden aus. Sehr, sehr interessant. Warum? Hey, wir haben die Stablecoins, klar, plus minus 0%. Aber wir sehen auch hier, die Woche ist nicht so gut gestartet, beziehungsweise die letzten 24 Stunden waren nicht so positiv. Das heißt, im Bitcoin haben wir fast einen Verlust von 5% gesehen. Ethereum knapp ein anderthalb Prozent. Nichtsdestotrotz haben wir hier natürlich eine Diskrepanz, weshalb Ethereum im Vergleich zum Bitcoin gestiegen ist. Auch Binance, BNB, Feld, haben wir hier ein interessantes Paar, was die letzten 24 Stunden gestiegen ist. Wir sehen es, hey, eigentlich alle im Minus bis auf die Stablecoins. Aber ein sehr, sehr interessantes Paar, was den Markt auch die letzten Tage wirklich auch wieder ausperformt hat, ist Terra Luna. Das ist für mich hier die einzige, oder auch FTX-Token sind die einzigen hier im oberen Bereich, in der Top 30, sage ich mal, die wirklich mit Gains in die neue Woche gestartet sind. Kommen wir zum Wochenausblick und dafür habe ich euch wieder einen sehr, sehr interessanten Chart mitgebracht, mit einem Indikator, der für mich wirklich so ein Richtungsweiser ist, ob wir uns gerade in einer bullischen, beziehungsweise in einer bärischen Phase befinden. Nämlich das EMA Ribbon. Und wir sind hier im Weekly Chart unterwegs. Was ihr sehen könnt, diese Bänder stellen entweder starke Unterstützung oder starke Widerstandszonen dar. Und wir sehen es, hey, im Weekly ist er hier reingerannt in diese Widerstandszone, ist kurzzeitig sogar ausgebrochen mit einem Weekly Close vor zwei Wochen. Nichtsdestotrotz gab es dann hier die Bullish Engulfing Candle, ein sehr, sehr starkes, bullisches Kerzenmuster. Und darüber hinaus sehen wir es jetzt, hey, gestern Nacht ist die nächste Wochenkerze geschlossen und wir sind wieder überhalb dieser Bänder. Und das ist für mich wirklich eine Indikation, dass wir weiterhin bullische Kräfte sehen können. Genau, definitiv. Schauen wir uns das mal in der Daily Chart an. Ihr seht es, auch hier liegt der Markt mittlerweile deutlich über diesen EMA Ribbons, hat aber jetzt natürlich auch Korrekturpotenzial. Hatte ich eben schon in der Bitcoin-Analyse, bin ich da eben schon darauf eingegangen, hat Korrekturpotenzial theoretisch bis hierhin. Und von daher bin ich gespannt, wie es für den Bitcoin weitergeht. Wie gesagt, unsere interessanten Level für einen Re-Entry sind eben genau diese hier, die ich kurz nochmal einzeichne. Ihr seht es in grün, dieses Level bei knapp 35.700. Ethereum dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Auch hier schauen wir uns nochmal den Weekly an mit den EMA Ribbons und ihr seht es auch hier. Während Bitcoin diese kurzzeitig gebrochen hatte, diese EMA Ribbons nach unten, ist letztendlich Ethereum in dieser Supportzone weiterhin verharrt. Hat vor zwei Wochen eine schöne bullische Ungulfing-Kerze auch hier gemacht und ist jetzt deutlich über diese Ribbons wieder geschlossen mit dem Kerzenschluss des Weeklys. Heute Nacht um 2 Uhr und von daher sieht es auch hier sehr, sehr gut aus. Ich hatte es gesagt, auch hier haben wir letztendlich noch dieses Potenzial offen, mindestens bis 2850. Beziehungsweise sogar bis in unser entgegengesetzten Korrekturlevel bei knapp 3000. Und deswegen schauen wir uns auch mal kurz die Monatschart an. Ist sehr, sehr interessant für mich auch. Hier liegen wir klar, weiterhin deutlich über diesen EMA Ribbons, die ein Support darstellt. Aber für mich gestern, beziehungsweise vorgestern, ist natürlich auch eine neue Monatskerze entstanden. Und diese Monatskerze ist für mich auch ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Eine wunderschöne Hämmerkerze, die vielleicht diesen Boden nochmal bestätigt, so dass wir jetzt hier vielleicht weiter nach oben ziehen können und vielleicht sogar unsere letzten Highs in den nächsten Wochen, Monaten definitiv antesten können. Wenn dir das Video gefallen hat, smash the Like Button, lass ein Abo da und aktiviere wichtig die Glocke, so dass du keines meiner Updates mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh, beziehungsweise morgen Mittag wieder zu einem neuen Video, tägliches Update. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Macht es gut. Ich freue mich drauf.